Hi, Penn am Auto hier. Mein Name ist Tobias. Ich lebe seit über vier Jahren in meinen selbstgebauten Camper und reise quer durch Europa. Und heute reden wir mal über die negativen Aspekte des Vanlifes. Das erste Problem ist eine Sache, die das Reisen auch so super toll macht. Und zwar, ihr kennt die Umgebung einfach nicht. Das kann einen schnell zum Verhängnis werden. Wir klettern hier durch irgendwelche Höhlen durch und sind am Arsch der Welt und wissen nicht, wie gefährlich die Höhle eigentlich sein kann. Manchmal halten mit quietschenden, reifen SUVs an und bewaffnete, maskierte Männer verhaften euch, weil ihr nicht wusstet, dass ihr am weißrussischen Zaun nicht filmen dürft. Dann latscht ihr durch den Dschungel und da habt ihr plötzlich so ein Megaloch vor euch. Das sind alles Sachen, die euch zum Verhängnis werden können. Ihr müsst ja ständig irgendwelche unbekannte Straßen entlang navigieren, mit Gefahren, die ihr nicht kennt. Oder ganz bekannt ist das Problem mit den Parkplätzen. Wir wissen ja jetzt nicht, wie sicher es hier eigentlich ist. Wir sind in Stigis, das ist das San Tropez Spaniens. Ich laufe jetzt auch zum allerersten Mal hierher. Das scheint eine sehr ruhige Umgebung zu sein. Aber zu 100% weiß ich das auch nicht, ob mein Auto hier gleich aufgeknackt wird oder sowas. Das ist beim Reisen natürlich der Reiz, unbekannte Orte zu besuchen. Aber wenn man nicht auf Trab bleibt, dann kann es einem zum Verhängnis werden. Man muss irgendwie ständig so ein bisschen aufpassen. So, wir müssen jetzt aber Lana suchen. Die treibt sich auch hier irgendwo herum. Der nächste Punkt, der wirklich an mir nagt, wo ich wirklich gemerkt habe, dass das ein echtes Problem ist, ist der Verschleiß. Der Verschleiß von euren Klamotten, der Verschleiß von euch, der Verschleiß von eurem Auto. Wir sprachen ja eben darüber, dass man ständig in unbekannten Orten herumrennt. Und ich kann euch nicht aufzählen, wie oft ich schon hier an so einer scheiß Bordsteinkante hängen geblieben ist, weil die irgendwie raushängt, was in Deutschland nie vorkommt. Die Welt ändert sich halt ständig. Die macht eure Klamotten einfach mehr kaputt. Denkt ihr, ich habe heute Morgen gewusst, dass ich heute an einem Strand lande? Nein, ich habe vollkommen falsche Klamotten an. Wie oft ich schon mit den Schuhen durch irgendwelche Berge gelatscht bin. Da gehen sie natürlich auch kaputt, weil ich muss jetzt hier irgendwelche Steine hochlaufen, um Lana zu finden. Aber ich glaube, da hinten ist sie. Hallo. Natürlich kann man das Ganze zu einem gewissen Grad planen, aber Vanlife packt auf jeden Fall ein ganzes Stück Chaos in euer Leben rein. Und so kommt es, dass ich jetzt in Unterhose schwimmen gehe, was dann auch wieder meine Klamotten belasten wird, weil die Feuchtigkeit auf sich die Hose überträgt und dann die ganzen Textilien zusätzlich strapaziert. Macht das hundertmal und ihr habt kaputte Klamotten. Hier haben wir ja ein sehr gutes Beispiel. Ich habe hier eine Wunde, die ich mir irgendwo geholt habe. Das kommt von einer unbekannten Gegend. Es ist natürlich irgendwo Verschleiß an meinem Körper. Mal gucken, ob das eine schöne Narbe gibt. Der Körper hat ja was, das nennt sich den posttraumatischen Wachstum. Das heißt, wenn er kaputt geht, dann repariert er sich und wird sogar an der Stelle stärker. Das haben die Klamotten jedoch nicht. Also ist man ständig damit beschäftigt, sich neue Klamotten zu holen oder halt welche zu reparieren, wie im Roomtour-Video gezeigt mit der Textilhexe. Dann gibt es noch den Verschleiß am Fahrzeug. Mir ist zum Beispiel vor kurzem mein scheiß Solarpanel geplatzt. Es hat plötzlich fürchterlich laut gescheppert. Ich dachte, irgendjemand hätte einen dicken Stein auf mein Auto geworfen. Und bin ich oben drauf geklettert und habe gesehen, dass die Hartbeschichtung oben drauf komplett gesprungen ist. Wahrscheinlich wegen der Hitze. Aber auch das Fahrzeug hat natürlich einen immensen Verschleiß, wenn man durch unbekannte Gegenden fährt. Die Bremsen muss ich auf jeden Fall öfters wechseln, weil man plötzlich voll in die Eisen gehen muss. Die Vorderräder muss ich natürlich schon mal wechseln. Wie im Roomtour-Video bereits erwähnt, muss ich den Kraftstoffdruckventil vorne wechseln, weil ich im Balkan dreckigen Sprit getankt habe. In Nordmazedonien musste ich dieses hintere Fenster wechseln, weil ich rückwärts in eine Parklücke reingefahren bin und nicht gesehen habe, dass da eine fette Stange raushängt. Total ärgerlich. Und auch andere Bollen, wie hier in Griechenland, habe ich einen Baum mitgenommen, weil man draußen im unbekannten Terrain die unterschiedlichste Hindernisse meistern muss. Das hat natürlich einfach allgemein einen großen Verschleiß am Fahrzeug selber. Bei der Fahrt fliegt im Auto auch immer alles rum. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft mein Laptop schon auf dem Boden geballert ist. Da ist so ein selbst ausgebauter Camper übrigens ganz klar im Vorteil. Denn wenn ihr euch so einen Fertigcamper holt und irgendwas kaputt geht, dann wisst ihr weder, was kaputt ist, noch wisst ihr, wie ihr es reparieren könnt. Und jetzt kommt der Oberknaller. Wenn ihr die Garantien beanspruchen wollt, dann müsst ihr erstmal nach Deutschland zurückfahren, was Wochen oder Monate dauert. Ihr fahrt dann ständig mit einem kaputten Auto herum. Und ich kann euch nicht sagen, wie oft ich davon gehört habe, dass die Firmen dann sagen, Ja, das ist ein Problem des Zulieferers. Wir haben die Teile gerade nicht oder wir sind total ausgelastet. Die Wartezeit zur Reparatur dauert einen Monat. Und deswegen ist der selbst ausgebaute Camper einfach besser, weil es wird etwas kaputt gehen. Weil der Verschleiß ist einfach hoch. Was geht denn hier schon wieder ab? Ey, das Leben macht mich echt fertig. Mama ist coming, are you ready? Any straight people here tonight? Ja! I'm kidding, I'm kidding. Thank you for celebrating. Das ist eine Pride Parade. War das heftig oder was? Ich bin total kaputt. Alter, unglaublich. So viel zum Thema Verschleiß. Wie man da rein stolpert ist, weißt du? Wie man da rein stolpert, ja. Und wir waren da mit einer anderen, die auch mit einer Van unterwegs ist und neben uns steht. Die haben wir spontan kennengelernt. Und haben jetzt wie viele? Drei Stunden bestimmt. Drei, vier Stunden abgefeiert. Ich kann nicht mehr. Was für ein Tag wieder, ne? Die nächste große Angst oder das nächste große Problem, das man hat, ist, dass das Auto möglicherweise geklaut werden könnte oder das eingebrochen wird. Diese Fenster hier sind so designt, dass die beim richtigen Druck platzen, damit die Feuerwehr schnell reinkommt, falls man in einem Unfall feststecken bleibt. Die Einbrecher wissen das, wir wissen das auch. Die Fenster sind quasi non-existent. Beim Einbruch fällt das Glas dann nach innen, sodass es leise ist. Deswegen sage ich den Leuten immer, dass sie niemals Sachen im Vorderraum haben sollen, weil das ist die erste Front. Man darf die Leute einfach nicht anlocken. Ihr müsst euch vorstellen, der Einbrecher geht einfach die Straße entlang und guckt in jedes einzelne Auto rein. Wenn er bei euch nichts sieht, dann geht er einfach zum nächsten Auto und sieht dann dort vielleicht ein Handy oder etwas Geld dort liegen, ist es natürlich wahrscheinlicher, dass er dann bei denen einbricht. Die nächste Sache ist, dass man einfach im Fahrzeug selber keine Wertsachen hat. Also nicht nur die, die man eigentlich sieht, sondern ja, schaut euch meinen Camper an. Da ist ja halt Holz drin. Was wollen die denn schon klauen? Das Wertvollste, was ich drin habe, ist ein Laptop. Das beruhigt mich einfach und das macht für mich das Reisen einfach wesentlich angenehmer. Wenn man manchmal sieht, mit was für Fahrzeugen andere Leute rumfahren, diese Fertigcamper zum Beispiel die 50.000, 60.000 kosten. Also so manche Ecken in Albanien. Weil man wechselt ja ständig die Ortschaft. Das heißt, mal seid ihr in einer ruhigen Ecke, dann seid ihr in einer beschiss, in einer sehr gefährlichen Ecke. Das ist auch eine Sache, die einem halt einfach manchmal so auf den Nerven geht. Es gibt da Gadgets, mit denen man sich da aushelfen kann zu den Gadgets. Kommt dann demnächst ein eigenes Video. Die sind da mal echt coole Sachen gefunden. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Und das nächste Thema ist Geld beim Reisen. Das ist so ein zweiseitiges Schwert. Und zwar hat man einerseits nicht so viele Kosten. Daher kann man sich viel Geld sparen. Aber gleichzeitig will man auch irgendwie eine gewisse Sicherheit haben. Weil ihr wisst ja eigentlich nie, was wirklich passiert. Euer Auto könnte kaputt gehen. Ihr könntet irgendwelche zusätzlichen Kosten durch Strafen haben oder sowas. Bei mir persönlich ist es immer so, ich versuche dann eigentlich so wenig zu arbeiten wie möglich, um diesen Lebensstil so maximal zu genießen. Andererseits versuche ich auch immer einen Puffer zu haben. Was ich beruflich mache, habe ich ja bereits in einem eigenen Video erklärt. Komplett schön dargelegt, sodass ihr auch rausfinden könnt, was ihr unterwegs so machen könnt. Das sollte man sich auf jeden Fall ganz genau überlegen. Weil wenn es mal mit dem Geld knapp wird, dann ist das echt kacke. Ich versuche jetzt die Kaffee-Stuff, oder? Ja, Kaffee-Stuff. Danke. Und die letzte Sache, über die wir reden, ist die Gesundheit. Da gibt es die Themen Krankenversicherungen oder diese Auslandsversicherungen. Wenn man außerhalb der EU ist, dann kann man auch die deutsche Versicherung pausieren und hat dann eine super günstige Versicherung. Auch ist es je nachdem, welche Aktivitäten man hat, dass man sich unterschiedliche Verletzungen zufügen kann, Beine brechen kann und so. Aber das weiß ja jeder für sich selber, was beim Reisen aber ein Riesenproblem ist zum Thema Gesundheit, ist die heißgeliebte Lebensmittelvergiftung, oder? Da muss man wirklich drauf aufpassen. Da muss man nicht nur aufpassen, in welche Läden man geht, sondern man kann die natürlich auch beim selber kochen bekommen, wenn die Milch zum Beispiel schlecht wird. Man spürt es, wenn man die Packung ein bisschen wackelt, wenn sie so cremig wird oder stinkt. Oder was auch überraschenderweise total unbekannt ist, ist Botulismus. Wenn man zum Beispiel Knoblauch in Öl anbrät und das einfach mal drei Tage stehen lässt, entsteht einer der schlimmsten Gifte für den menschlichen Körper. Das ist wie verdorbenes Fleisch. Ein Riesenproblem. Man muss immer darauf achten und das kann euch total vermiesen. Ich kriege oft die Frage, was mache ich bezüglich der Toilette, wenn ich mal Durchfall habe. Hatte ich bisher noch nicht. Toi, 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 was denn? Aber ich denke mal, gerade mit dem Auto hat man es da besonders leicht. Da würde ich mich dann einfach irgendwo hinstellen, wo ich mein Klo immer wieder entleeren kann. Notfalls kann man auch einfach nach vorne springen und ins Krankenhaus fahren. Da habe ich jedoch leider noch keine Erfahrung gemacht. Oder es ist besser so, dass ich da keine Erfahrung gemacht habe. Oder zu Hause hat man ja eigentlich immer alles unter Kontrolle. Man isst ja immer von denselben Quellen. Man isst immer dasselbe Essen. Aber draußen, wenn ihr durch Europa zieht, könnt ihr euch vorstellen, ihr esst ständig komplett andere Sachen. Ihr habt das eigentlich gar nicht unter Kontrolle, was ihr euch da in den Mund schiebt. Und kann nicht überall reinfucken, wie die ganzen Küchen aussehen und sowas. Und wir zu einem Problem kommen, das kaum einer anspricht. Und zwar, das normale Leben wird einfach stinklangweilig. Wenn man nach Deutschland zurückkommt, wird alles grau. Das ist echt schlimm. Ich fühle mich ein bisschen getrennt von diesem normalen Leben. Man kommt nach Deutschland zurück und alles ist so stehen geblieben. Alles ist wie vorher. Da ist keine Bewegung drin, so wie man das denkt. Das ist wie so eine Illusion von Bewegung. Aber eigentlich ist es immer dieselbe Routine. Deswegen nennt man das ja auch so Hamsterrad. Ja, Hamsterrad. Das ist gut, Hamsterrad. Echt. Deswegen ist das für mich auch ein bisschen so eine Qual zurückzukehren. Wenn ich in Deutschland bin, will ich eigentlich nur alles geregelt bekommen, um wieder loszufahren. Ich glaube, es ist auch die Kultur. Guck dir das an. Und wenn ich hier nach Hause hinkommen würde, ist das einfach eine andere Lebensqualität. Und die Menschen sind noch einfach mehr wärmer und offener und nicht so gestresst von ihrem Alltag. Überall, wo die Menschen zu viel arbeiten und es keine richtige Balance gibt, glaube ich, ist das Leben nicht so toll. Ja, nach Deutschland zurückfahren ist irgendwie ganz, ganz eigenartig. Ich habe jetzt auf Reddit einen Post gelesen, da war einer in Amerika, der musste in seinem Auto leben. Dann hat er es endlich hinbekommen, hat eine Wohnung gefunden, einen Job gefunden. Und nach ein paar Monaten zu Hause schreibt er, dass er Depressionen bekommt, weil das so langweilig ist. Wenn er seinen Wasserhahn aufdreht, kriegt er Wasser. Wenn er den Lichtschalter umlegt, dann kriegt er Licht. Ihm ist das zu langweilig gewesen, weil der Struggle einfach die Sache so interessant macht. Also ja, nach Hause fahren ist echt immer ganz, ganz komisch. Ach, die da, aber die beiden da. Wir schreien einfach mit. Ja, so ein Scheiß. Mich hat eine Welle total erwischt. Ich bin pitschnass. So ein Kack. Lana lacht sich schon kaputt. Oh Mann, ey. Ey, soll ich jetzt so hier durch die Stadt laufen, oder was? Jetzt filmt sie mich durchgehend. Was ich sagen wollte ist, und die letzte Sache, die beim Vanlife vielen Leuten gewaltig auf die Nerven geht, was auch herzzerbrechend ist, ist, dass man die Leute, die man kennenlernt, ständig verliert. Jetzt vor ein paar Tagen haben wir Alia, Tim und Nelly kennengelernt. Drei Deutsche, wir haben Feuerchen gemacht, gesungen, gegessen, es war wunderbar. Aber dann mussten die weiterfahren, weil die in zwei Wochen in Valencia sein müssen. Und das ist immer wieder so herzzerbrechend. Mit manchen Leuten hält man länger Kontakt, aber meistens verflüchtigt sich dann der Kontakt, weil man unterwegs dann eh ständig neue Leute kennenlernt. Man ändert nämlich sein Verhalten. Man öffnet sich viel mehr und man fängt an, auch zu Events hinzugehen. Das Feuermachen an meinem Fahrzeug zum Beispiel gehört auch dazu. Man kann dann immer Leute einladen, das ist sehr gut, um halt so schnell Leute kennenzulernen. Feuer, Musik und Essen. Feuer, Musik und Essen, das sind die drei Sachen, die die Menschen richtig verbindet. Manchmal auch Bier. Manchmal auch Bier, ja. Aber das ändert nichts daran, dass ihr halt immer wieder Leute verliert, die ihr sehr mögt. Okay, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, ich versuche allen zu antworten. Seit ein paar Wochen ist das aber so überwältigend, wie viele Kommentare ich bekomme. Schaut da auf jeden Fall rein. In der Regel finden sich dort eine Menge geile Informationen von auch sehr erfahrenen Vanlifern. Dann wünsche ich euch nur einen schönen Tag und wir sehen uns unterwegs.